Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 1404 hier mit mir auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr damit eingeschaltet habt. Willkommen! Halte Knöpfe hier, feiltasten. Es ist eine neue Aufnahmesession heute. Wir haben Donnerstagvormittag derzeit. Und ich bin schon ein bisschen später jetzt hier dabei, als ich eigentlich geplant hatte, weil... Turns out, heute ist irgendwie das gesamte Wohnhaus, in dem ich wohne, der Meinung, dass Bauarbeiten gemacht werden müssten. Also, da waren so, der Nachbar hier hinter mir war so der Meinung, ja, Hammer, nee, habe ich, kann ich auch benutzen. Die da drüber waren so, ja, Schlagbohrer haben wir auch, können wir auch benutzen, gar kein Problem. Und hier, achso, ja, und die gegenüber, die hören mal wieder laut Musik, ne, ihre spaßigen Songs, die sie da immer hören. Genau, und ich sitze hier und denke mir so, hm, ich muss um 13.30 Uhr arbeiten, jetzt ist es gerade 10.30 Uhr. Wie schaffe ich das jetzt, zwei Stunden aufzunehmen, bevor ich arbeiten muss? Deswegen, ähm, fangen wir jetzt erstmal an. Ich hoffe, die beruhigen sich. Meistens ist das ja eher so ein Morgensding, ne, und dann ist irgendwann Mittagspause. Und dann wird auch nicht mehr, äh, so viel gehämmert und gesägt. Wir schauen mal, was uns erwartet denn eigentlich. Ich habe heute die feste, äh, feste, wie sagt man, das feste Vorhaben, äh, den festen Wunsch, dieses schöne Bauwerk, äh, fertigstellen zu lassen. Ähm, und ich bin der Meinung, das ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis es soweit ist. Denn wenn meine mathematischen Triangulationen korrekt sind, ist das der letzte Bauschritt. Ich bin mir da nicht so sicher, weil irgendwie diese Monde und so, das ist immer ein bisschen merkwürdig, aber der sieht aus wie fertig, der sieht aus wie fertig und der sieht aus wie fertig. Das nehme ich erst, wenn man es, wenn man es direkt hinstellt auf die Karte. Und, ähm, ja, demnach wäre das, was jetzt gerade passiert, der letzte Bauschritt. Und, äh, das wäre ein kleines, äh, ein Erfolgserlebnis, was ich mir schon gerne auf meine innere Checkliste setzen würde, wo ich gern Haken hinter machen würde, weil wir sind da schon eine Weile dran am, äh, knabbern, würde ich sagen. Ähm, das hinzukriegen, ähm, und wir gehen damit mit großen Schritten auf, ähm, ein potenzielles Ende dieser Anno-1404-Reise zu, was doch was Schönes wäre, theoretisch und praktisch. Ich würde mich freuen. Ähm, ich bin, äh, schon intensiv, naja, mehr oder weniger intensiv, äh, gedanklich damit beschäftigt. Was wir da nachspielen, ähm, ich weiß es wirklich nicht. Weil ich finde halt, Anno-Anne ist halt einfach ein geiler Key-Selling-Point, wenn das so heißt. Ich kenne mich nie aus mit Marketing. Ähm, weil es einfach so eine tolle Alliteration ist. Und ich weiß nicht, Siedler-Anne klingt halt nicht so geil. Da kann man halt, ja, machen, was man will. Klingt halt nicht gut. Was steht da? Hat sie gerade gesagt, ich bereite mich auf den Krieg vor? Irgendwas habe ich da falsch verstanden eventuell, Hildegard. Ich bin mir nicht so sicher, ob du das, was du gerade versucht hast anzudeuten, auch wirklich so meinst. Ich wäre da vorsichtig an deiner Stelle. Ne? Sagt die, die bei ihrem Zwölf-Stunden-Event richtig den Arschversuch bekommen hat vom, äh, nicht Hildegard, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, der andere NPC, der weibliche NPC, der so ein bisschen kirchlich angehaucht ist. Ähm, wo die dann einmal mich komplett zerlegt hat. Zu Meer und zu Land. Ähm, da haben wir das erste Mal gesehen, dass man hier auch Landeinsätze machen kann. Was meines Wissens nach zum Beispiel bei Arno 1800 gar nicht möglich ist. Deswegen. Genau. Wir haben ja immer noch diese Flotte von dem, oder was? Diese hier. Ja. Aber das wird schon immer gut dezimiert, weil die einfach selber so, äh, intelligent sind, jedes Mal, ähm, in meine Wachtürme reinzufahren. Da sage ich immer vielen Dank für diese Hilfe. Weiß ich sehr zu schätzen. Ja, wir sind, ähm, pleite. Wir haben... Oh, meine Truppen waren siegreich. Ach ja. Da war was. Vergangenheits-Anne hatte da ein Problem, ich erinnere mich. Ähm. Ja, aber ich muss, äh, ehrlich gestehen, ich habe seit kurzem wieder, ähm, auf meiner PS5 Arno 1800 gespielt, weil die kriegt's wenigstens hin, von der Leistung her. Ähm. Ähm, ich hatte neulich mal auf meinem Rechner wieder 1800 gestartet, und das ist einfach, dass da schon in den niedrigsten Grafikeinstellungen ist, äh, die Grafik gerade schon bei 95% Auslastung. Das kann ich einfach mit mir selber nicht ausmachen, also mit meinem eigenen Gewissen. Ich weiß, dass die das wahrscheinlich hinkriegen würde. Ich weiß auch, dass sich früher 1800 auf diesem Rechner gespielt hat, bevor ich Zugriff auf einen anderen Rechner hatte, ähm, auf den ich jetzt keinen Zugriff mehr habe. Das klingt alles so kriptisch und kompliziert. Naja, egal. Ähm. Genau, und deswegen weiß ich auch, dass er es packt, aber das Problem ist, was ich halt sehe, ist, dass die Aufnahme nebenbei, ähm, nicht noch packbar ist. Und ja, packbar ist ein Wort. Genau, während die Soldatsmoschee langsam aber stetig, ähm, ihrem Ende zugeführt wird, werde ich, ähm, hier versuchen, weiterhin Fläche frei zu machen, damit hier auch der Kaiserdorm in einer hoffentlich nicht allzu fernen Zukunft irgendwann mal fertig werden kann. Genau. Und da fällt mir ein, ich habe schon wieder die Webseite nicht aufgemacht, wie ich bei Pokémon immer vergesse, ähm, äh, ich bei Pokémon immer vergesse, die Seite zu öffnen, wo ich die, ähm, Pokémon-Routen habe, welche Pokémon ich schon gefangen habe, vergesse ich hier immer die Seite zu öffnen, wo ich alles, äh, sehe. Sorry für den kleinen Schnitt an dieser Stelle. Ich habe ein Paket bekommen. Jetzt habe ich es angenommen, jetzt können wir weitermachen. Also, wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, es ging um den Anno-Rechner. Ja, genau, weil wir dürfen hier nichts mehr produzieren, sonst haben wir keinen Platz. Die Insel ist klein. Und ich versuche jetzt mal kurz durchzuanalysieren, was haben wir denn hier alles noch Schönes, was hier noch produziert wird. Also diese ganzen Steine und Eisen und so, das finde ich noch okay. Ähm, das kann man noch machen. Aber ich sehe hier sehr viel Most. Also jetzt wäre der Auftrag, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen dürfen, äh, zu schauen, auf welcher Insel können wir jede Menge Most anbauen und das hier rüberschiffen. Weil Wein wird schon rübergeschifft, können wir auch noch Most rüberschiffen, würde ich sagen. Hm, Trübau, Trübau war diese, was ist denn das hier? Viermal Werkzeuge? Okay, ist das die Werkzeugmanufaktur? Sechsmal sogar. Äh, das kommt auch mathematisch, das trianguliert sich doch gar nicht aus, oder? Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt fange ich wieder an hier bei den... Eine Eisenschmelze, doch, das geht sich aus. Aber ist das nötig, ist halt die Frage, ne? Ich glaube, das ist nicht nötig. Das ist ungefähr drei zu viel. Gib mir mal die Eisenschmelze. Ja, ich hatte halt gerade schon Ärger mit euch. Also, man kann sich auch nicht verlassen auf das, was sie sagen. Das ist leider das Problem. Und ich bin wie immer chronisch pleite. P wie pleite, deswegen brauche ich das Geld. Geh wie Geld. Ähm, jetzt haben wir es schon mal ein bisschen reduziert. Aber ich glaube, jetzt eigentlich bräuchten wir auch die eine Kühlerei nicht mehr. Wenn ich das richtig sehe, ist das sowieso alles voll. Voll wie der Vollmond. Aber es ist trotzdem... Also, ich sehe nicht, dass jetzt hier nochmal eine große Mostproduktion anlaufen würde. Baldingen, auch schlecht. Auch schlecht. Hier ist nämlich die Weinproduktion. Das mischt sich nicht gut, ne? Äh, Wein und Most. Das mischt sich nicht gut. Das hier ist die Getreideinsel. Da ist hier. Was machst du? Battlerote. Mmh. I like what I see. Es ist genau außerhalb vom Brandbereich. Das sehe ich nicht mehr ein. Ich lasse mich nicht verarschen. Also, wirklich nicht. Ich helfe euch gerne aus. Ja, nee. Es kann sein, dass ich diese Insel von Anfang an für Most, ähm, vorgesehen hatte. Kann ich jetzt nicht mehr... Kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Gibt es denn schon eine Route dafür? Aha. Von Zagenhof nach Goldfurt. Normale Kutten. Okay. Da werde ich mir schon was bei gedacht haben. Einen Kutten. Dann brauchen wir eine neue... Ne, eine neue Route, bitte. Von... Battlerote... ...nach Goldfurt. Und zwar mit... Most. Nein. Genau. Lade Most ein und lade Holz wieder aus. Aber Käpt'n, wie sollen wir das denn machen? Ist mir egal. Machen sie es halt. Most. Most wanted. Wer... Wer hat die große Ehre? Ich mag eigentlich immer nicht große Kriegsschiffe schicken für so eine... In Anführungszeichen unwichtige Geschichte. War nicht gerade irgendeine wichtige Ansage, die ich gehört habe? Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass ich mich verhört habe. Also Kutten werde ich hier auch nicht mehr produzieren. Normale. Genau. Ich habe noch Gerberei und Kirchenrei. Trotz alledem da. Boah, neuen Most ist schon eine Menge, ne? Aber ihr wisst ja, ohne Most nichts los. Nein! Wieso kann man so dumm sein? Aber wieder eine intellektuelle Hochgangsleistung an dieser Stelle. So, wie ihr es von mir gewohnt seid. Jawohl, jawohl. Genau. Nicht... Mach einfach nichts Falsches an. Es ist doch nicht so schwer. Einfach nichts Falsches machen. Tja. Ich hatte gestern auf jeden Fall einen sehr emotional... Vielfältigen Tag erlebt. Denn ihr seid jetzt zumindest von den... Also Real-Time-Zeitpunkten der Aufnahme her... Die Ersten, die es hören. Weil ich noch nicht gestreamt habe und Pokémon ist vorproduziert. Deswegen... Also für morgen. Heute ist... Nee, heute ist Sonntag. Also für heute. Auf jeden Fall habe ich gestern meine praktische Farbprüfung im ersten Versuch bestanden. Und es war so ein wildes Ding. Also... Och. Es war einfach nur heftig. In allen Belangen war es heftig. Also ich war... Ich war gar nicht so doll aufgeregt vorher. Es ging dann vor Ort erst los. Und ich war gut vorbereitet. Und ich bin relativ gut in der Lage, Auto zu fahren. Aber diese Prüfsituation mit diesem Herren, der da auf der Rückbank saß, den ich halt noch nie gesehen hatte, war schon heftig, weil der war schon echt teilweise, wo ich sage, meine Fresse, unfreundlicher geht es aber auch nicht mehr, oder? Ich musste zum Beispiel dreimal eine Gefahrenbremsung machen, was ja eigentlich eine total dankbare Aufgabe ist, so in der Prüfung. Machen wir eine Gefahrenbremsung, ja nichts leichter als das. Aber in der ersten Straße, wo ich das machen sollte, war jemand hinter mir. Und da meinte mein Fahrlehrer neben mir, halt mal rechts an und das sind vorbei. Und da hat der direkt gesagt, nee, nee, dann machen wir es woanders. Und ich war schon so, oh scheiße. Aber dann wusste ich wenigstens schon, was kommt. Und dann hat er sich eine Straße ausgesucht, in einem Bereich, wo nur rechts vor linksstraße, es war keine Vorfahrtsstraße, waren. Und man muss dann, wenn jetzt jemand nicht Auto fährt, dann interessiert ihn das nicht, das tut mir leid. Aber ich bin, für mich ist es gerade einfach so Top 1 in meinem Kopf noch. Weil wenn jemand halt nicht, ja, du musst auf 30 kmh beschleunigen in der Fahrschule, um diese Gefahrenbremsung, Anführungszeichen, zu machen. Und ich war dann auf einer Straße, wo ich schon gesehen habe, da kommt, wie da ist eine Kreuzung, eine Rechts-vor-Links-Kreuzung. Und ich kann ja nicht reinballern und dann kommt da jemand von rechts, dem nämlich die Vorfahrt und mir die durchgefallen. So, und deswegen hatte ich Probleme. Ich habe davor irgendwie gefühlt noch abgewürgt. Also es war wirklich eine richtig wilde Situation. Und ich war nicht ganz schnell genug. Und, naja, ich habe auf jeden Fall, irgendwann hat dann ein Verfahrleger das gesehen, ich habe gebremst. Und dann kam der schon von hinten mit Fräulein. Und da kriege ich schon Puls, ne? Wenn jemand so redet, mit Fräulein, sie müssen aber auch schon, sie sollen nicht bremsen, nicht anhalten, sondern eine Gefahrenbremsung. Weil ich war schon so, äh, meine Halsschlagart, ich wollte schon so an. Aber eine Sache, die mein Fahrlehrer gesagt hat, ist, Anne, du gibst keine Widerworte, in keiner Hinsicht. Du sagst einfach Ja und Amen zu allem. Habe ich gesagt, ja. Und dann so, versuchst du es nochmal. Ich so, okay, ja, ich probiere es nochmal, gar kein Problem. Und ich war dann halt über die Kreuzung drüber. Und dann habe ich es irgendwie nochmal gemacht und dann war es auch okay. Aber der will dich wirklich Möwe machen, dieser Mensch. Und ich war währenddessen schon so richtig, oh. Und dann, naja, ich war auf jeden Fall unter Strom. Und dann habe ich, ähm, das Ding war halt auch, es wurde mir ein bisschen anders erzählt. Es hieß, derjenige, der macht sich während der Fahrt auf seinem Tablet irgendwelche Notizen, was gut gelaufen ist und was nicht. Ich habe aber dann irgendwann mal beim, so einfach nach hinten geguckt. Der hatte das Tablet nicht mehr in der Hand, der saß dann halt aus dem Fenster geguckt. Und ich war so, scheiße, ich habe doch schon gute Dinge gemacht, was ist da los? Und es war halt eher so ein Typ, der so geguckt hat, von wegen, wie mache ich die Overall-Experience, Impression, wie auch immer. Und dann so am Ende ein Resümee darunter zieht, was aber bedeutet, ich war halt dauerhaft unter Strom. Ich hatte dauerhaft das Gefühl, nichts geschafft zu haben. Und dann war ich halt einmal auch zu schnell bei einer Rechts-vor-Links-Straße, weil ich halt aufgeregt war. Und dann musste der Fahrt ja auch eingreifen. Und da war ich schon so, oh, jetzt ist vorbei. Es war, es war wild. Genau, also er hat schon das Auge zugedruckt an einigen Stellen, aber er hat mich auch kämpfen lassen an anderen Stellen. Und einmal beim Linksabbiegen habe ich dann irgendwie den Gegenverkehr ausgeblendet, aber der war zum Glück noch weit genug weg. Das war auch so eine Halbsituation und so. Also da war schon ein bisschen was dabei, aber ich bin durchgekommen und ich bin, ich saß dann halt, ich war so erleichtert, ich habe erst mal vor Freude angefangen zu weinen. Und mein Vater war so, alles gut, kein Problem. Bein ruhig. Und jetzt habe ich dieses Projekt nicht mehr. Und jetzt weiß ich nicht, fühle ich mich dann immer so leer danach. Vielleicht lerne ich jetzt eine neue Sprache oder mache einen Segel-Schein oder... Keine Ahnung. Mal gucken. Aber es erwarten mich jetzt so viele tolle neue Erfahrungen. Erste Erfahrungen mit Dingen. Zum Beispiel, ja, das erste eigene Auto irgendwann vielleicht mal. Dann sowas wie... Äh, der erste Urlaub und so. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Oh, und da ist der Vulkan wieder on the making. In the making. Ähm. Ich glaube, die Insel ist eigentlich nur noch für Kohle relevant, oder? Ist hier überhaupt noch irgendwas anderes? Wird es noch abtransportiertes Bier? Ich habe keine Ahnung. Guck mal kurz. Ja, ne, wird noch abtransportiert. Ich mache mal ein Foto, bevor der alles kaputt macht. Damit ich weiß, wie viel ich wieder aufbauen soll. Warte mal, es waren gar nicht alle Häuser, oder? Ich will alles, alles, was hier gebaut ist. Ja, okay, ich brauche auch nicht alles. Da, da. Da, 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 da. Jetzt geht's los. Okay, es passt. Ja, schon. Wir lassen es, wie es ist. Ich liebe diese Musik. Die ist so toll. Maximales Drama einfach. Ihr wollt Drama, ihr kriegt Drama. Das ist der Grundgedanke dahinter. So, was brauchen wir denn hier für solche Freunde hier? Eine kleine Kirche? Wollt ihr haben? Eine klick, 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 kleine Kirche? Ihr seht schon, die Pottasche da, die wird über kurz oder lang, wird die da weichen müssen. Lass mich kurz darüber nachdenken. Wofür brauche ich die eigentlich? Nur für Glas? Und eine Pottasche reicht für zwei Glasproduktionen. Und jetzt ist diese Scheiß-Webseite schon wieder weg. Ich brech zusammen. Was mache ich denn hier? Mit meinen Tabs. Habt ihr eure Tabs immer geordnet, so grundsätzlich? Oder? Ja, nicht so. Ich habe so 40 Tabs offen parallel hier auf dem Handy. Ja, das ist korrekt. Eine Pottasche reicht. Ich will mal kurz gucken. Ja, passt. Okay, dann versuche ich mal, die umzusetzen. Die Schweine müssen halt auch noch weg. Klingt immer so hart. Die Schweine. Die müssen weg. Ich nehme einfach ein Holz weg. Dafür. Und dann passt das. Ne, weil dann können wir hier schön... Eine schöne Stadt bauen. Hier sind die zwei Quarzhäuser. Obara. Excuse me. Ich versuche das jetzt alles so ein bisschen zu komprimieren. So. So, die zwei da hin. Ne, die Straße brauche ich schon noch. Okay, Schweine. Schweine werden benötigt für Lamotten. Und zwar für diese Gerbereien, von denen wir zwei Stück haben. Wir haben jetzt eine Insel, die für uns Moos produziert. Wir haben noch keine Insel, glaube ich, weiß ich nicht, die für uns Lederwämmse produziert. Zumindest heißt keine der Routen irgendwas mit Lederwämmsen. Das ist ein Indiz, aber noch kein Beweis. Aha, was haben wir denn hier? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, ne, äh, ich hab eine Insel, die Lederwämmse produziert. Diese hier. Wie läuft es denn so, wenn ich fragen darf? Okay. Also, wir haben vier Schweine. Manchmal sind es ja so Kleinigkeiten, dass man einfach nicht beachtet hat, dass da noch eins fehlt. Oder ich hab's einfach vergessen, das ist ja der Klassiker. Nee, das stimmt. Vier Schweine auf eine Saline. Auf zwei Gerbereien. Ich hab einfach die zweite Gerberei nie gebaut. Ja, cool. Da machst du nichts, da guckst du nur. Oh Mann, ich will jetzt hier gerade was machen. Mann, Mann, Mann. Der Sultan erwartet auf mich. Ja, ne, ist ein bisschen viel. 17 hat er gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17. Und hier. Das ist doch das geringste Problem. Okay, also wie viele Lederbemse Reihen haben wir hier? 2 oder 4 oder 6 oder 8 oder 2? So, vom Prinzip her wird jetzt hier die benötigte Menge Lederbemse produziert, die da drüben auch produziert wird. Also, da drüben haben zwei gereicht. Nee, eigentlich sind's ja vier, ne? Weil die zwei sind ja schon ergänzt mit dem einen. Habt ihr das mathematisch nachvollziehen können? Also, ich hab da drüben ja zwei und hier zwei. Also, abdiert sich das ja zu vier zusammen. Also, brauchte ich hier, bräuchte ich hier nochmal zwei. Aber ich glaube, das geht nicht. Doch, das geht. Ich hab noch genau zwei Flussbauplätze. Dann hab ich alles, alle Flussbauplätze besetzt und habe vier. Das heißt aber auch, ich brauch acht, meine. Aber das passt. Das ging jetzt aber schnell. Stand da schon ein Schiff? Das kann ja nicht so schnell gefahren sein. Die Strecke. Oder ist das etwa wirklich so schnell die Strecke gefahren? Ich bin beeindruckt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, nicht mehr lange. Ich weiß nicht, was dann passiert. Konfetti, Regen oder eigentlich, ich hätte so eine, so ein Partypopper oder sowas hätte ich organisieren müssen. Nach dieser, all dieser langen Zeit, dass ich es überhaupt noch schaffe. Wer hat daran geglaubt? Ich nicht. ist der Vulkan eigentlich fertig? Ist überhaupt irgendwas kaputt gegangen? da sage ich mal. Nicht so wichtig. Nee. Nee, jetzt komm. Nee, 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 nee. Nee, das finde ich scheiße. Du kannst mir doch nicht ernsthaft sagen, dass das nicht passt. Danke. Also manchmal glaube ich es. An manchen Punkten glaube ich es echt. Das ist die beste Lösung, dann noch zwei südlich vom Haus hinzustellen. Seht ihr, jetzt brauchen wir nur noch eine. Easy peasy lemon squeezing. Was ist denn das? Stein. Entschuldigen Sie, was ist denn das? Was sagt mein Geld? Oh, mein Geld ist ganz gut. Trotz der furchtbar schlechten Bilanz. Vielleicht kriege ich noch Kredite. Bin noch kreditwürdig. Ich wehre mich aber. Ich wehre mich mit Händen und Füßen und Klauen und Zähnen. gegen so eine ungerechte Ungerechtigkeit. Wie der Typ da an den Tag legt. Ich bin immer so irritiert wegen diesem Preis, aber ich glaube, das ist einfach, also diesem Anzeigebereich, weil das ist einfach scheißegal. Hä? Wieso habe ich denn hier immer fünf? Bin ich eigentlich völlig bescheuert? Die Antwort auf diese Frage ist ja. Gut. Schwamm drüber. Bauen wir hier noch eine Straße hin und dann gucken wir. Also wir haben jetzt vier mal das, acht mal das. Ich hätte gern vier schicken mit Nuggets und acht mit Pommes. Und jetzt brauchen wir noch eine Saline. Also das heißt, eine Köhlerhütte. Ja, das wird ein bisschen schwierig. Oh, nee. Hier, hier ist es sehr gut. Es ist sehr gut. Hm, exquisit. Exquisite Stelle. Salzmine. Er hat sogar zwei. Er hat einfach zwei. Die Insel hat einfach zwei. Es ist, als ob es so sein sollte. Nee, alles gut. Ja, ja. Ich mache die Gefahrenbremsung nochmal. Kein Problem. Gar kein Problem. Mach ich gerne. Ich mache es auch noch ein drittes Mal. Hm, hm, hm. So. Salz. Wenn ich Kohle und Sohle. Ja, warum nicht? Uppala. Das sieht immer so witzig aus, wenn die Farben nicht vertreten sind. Hier unten auf der Karte. 23k. Lustig, ne? Hat nicht mal irgendjemand gemeint, ab 20k bricht das Spiel ab? Ich weiß ja nicht. Ich kann da nicht so viel, nicht so viel zu sagen. Äh. Gut, ich überprüfe nochmal. Kurzer Sanity Check. Zwei Kohlerhütten. Oh, und ein Kohlebergwerk. Für mich ist das immer äquivalent. Ich wusste immer nicht, ob das mehr produziert als, äh, das. Aber drei kommt, glaube ich, hin. Zwei Eisen. Nee. Das kommt eigentlich nicht hin. Das ist ein Eisen zu viel. Und auch zwei Werkzeuge. Eigentlich bräuchte ich auf die Menge vier. Aber hier ist kein Eisen da. Hä? Was ist da los? Ich habe auch gar nicht genug Eisen. Also irgendwas ist hier schon wieder merkwürdig. Irgendwas ist hier schon wieder richtig merkwürdig. Ja, so, so passt's. Jetzt habe ich die für das und die für das. Ja. Salz wird hier nicht mal angezeigt, ne? als weiterverarbeitetes Element. Also diese Voktei ist ja schön und gut, aber es geht nichts über die gute alte Produktionsstatistik aus Hannover 1800. Ja, ich... Keine Ahnung, akzeptiere das jetzt so. Warum bist du noch auf 75 Prozent? Aha, weil dir fehlt jetzt wieder eins. Also an manchen Stellen fange ich wirklich an, an mir zu zweifeln. Ich habe einfach jetzt von random irgendwelchen Sachen wieder was weggelöscht. Da wird einfach nicht abgeholt. Genau, und zwei, nee, vier, Gerbereien. Warum arbeitest du nur auf 73 Prozent? Gibt's da jetzt einen näheren Grund? Oder ist das eher so Grundproblem an der Stelle? Das ist, glaube ich, eher so ein Grundproblem an der Stelle. Naja, okay. Ich packe jetzt... Nee, eigentlich habe ich ja die Route. Ich muss die einfach nur aufweiten. Die ist noch von ganz früher. Ach, ich habe das Eisen verschifft. Ja, aber das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Weil, ähm... Ich... Ja, gar nicht... Ähm... Genug Eisen-Grundmaterial dafür da habe. Also, ich meine, ja, ich verstehe. Wenn jetzt hier keine Werkzeuge mehr hergestellt werden, bleibt... Läuft das Eisen voll und dann kann das abtransportiert werden, aber... Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so die Taktik ist, die ich jetzt hier fahren wollen würde. Würde, finde ich eher fraglich. So. Wir haben jetzt ein Schiff, was Lederbemse transportiert. Ich kann auch noch versuchen, einen dritten Roll zu machen. Ich sage immer, alles weg und alles raus. Was da ist, so. Das wird jetzt wahrscheinlich... Ich lebe mich jetzt mal aus dem Fenster und sage jetzt mal, nicht am Anfang rundlaufen. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber... Oh, nee, das war falsch. Das war... Die Bärenhöhle. Die Bärenhöhle brauche ich eventuell noch. Aber die Schweine brauche ich nicht mehr. Oh, jetzt habe ich hier dieses geile Markthaus, ne? Nur für diese Steinfabrik da hinten. Na ja, wir müssen uns verkleinern. Ich sage es, wie es ist. Wir müssen uns ein bisschen verkleinern. Hier auch, ne? Zwei nebeneinander. Auch schön. Du bist da nicht im Bereich. Das ist jetzt alles Platz für Leute. Die müssen da jetzt wohnen. Wir machen jetzt hier... Flächenwiederverwertung. Und hier sind noch so ein paar andere Zusatzprodukte. Sogenannte Zusatzprodukte. Boah, ich mache auch die ganzen Bäume weg, ne? Das tut mir immer weh. Persönlich. Ah ja, die Gerberei kann ja jetzt dann auch weg. Kirschenrei aber nicht. Nur die Gerbereien. Die Kirschenreihen brauche ich noch. Keines Markthaus, mittleres Markthaus. Oh, da werden Leute am Fluss wohnen können. Direkt am Fluss. Das wird doch schön. Ist das ein Markthaus? Ja. Okay. Also. Ich habe immer noch ein bisschen Schleim auf mir drauf. Deswegen muss ich mich manchmal räuspern. Tut mir leid. Oh. Oh, der Sultan spricht zu mir. Er ist gewillt. Er ist gewillt. Er ist gewillt, mich zu ver... Ich habe ihn nie gesehen. Alle sind erfreut. Ich hoffe doch, dass es das tut. Er wäre gottgefälliger als ich gegenseitig was seid. Aber jetzt habt ihr mir die Einladung vom Sultan weggenommen. Ich will doch jetzt mit dem Sultan reden. Euer Besuch wärmt das Herz eines alten Mannes. Er le... Ich weiß nicht. Ich hatte ein bisschen gerade das Gefühl, da kommt noch was. Aber vielleicht stimmt das auch nicht. Da ist sie jetzt. Fertig. Schaut sie euch an. Wie die Leute umherlaufen. Das war jetzt so antiklimaktisch. Ich dachte, der Sultan sagt jetzt... Boah, du bist voll eine coole Type. So. So was habe ich jetzt erwartet. Und ich dachte, jetzt sind alle Bedürfnisse von den Leuten hier erfüllt. Mir wurden andere Dinge versprochen. Warte mal. Ich kann hier nur einmal... Nee. Es steht nach der Fertigstellung alle Gebäudebedürfnisse des Orients. Alle Gebäudebedürfnisse. Das heißt jetzt wahrscheinlich, ich kann die Moschee jetzt löschen, oder was? Und dann haben die hier hinten trotzdem Moschee. Ja. Die sind alle von der Soldansmoschee begeistert. Aber die da hinten zum Beispiel nicht mehr. Das ist halt ein voll schlechter Deal. Sorry. Aber ich finde den Deal einfach nicht gut. Ein Badehaus, aber auch, oder was? Ein Marktplatz, oder? Also ich verstehe es nicht. Aber ich dachte, jetzt redet der Sultan mit mir. Mann. Ich habe alles getan, dass er mich bemerkt. Dann hat er es einfach nicht getan mehr. Tragisch. Eine Tragödie in zwölf Akten. Ich bin gern bereit, mit euch zu... Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Ich habe all mein Geld gegeben, ja. Jetzt bin ich pleite. Und was hat es mir genutzt? Nichts. Eine Produktion kommt zum Elendor. Weil alle mir gratulieren wollten. War eigentlich die blöde, gasige Hildegard. Hildegard will nicht, dass ich mit dem Sultan glücklich werde. Das ist es doch. Und sie gibt es nicht zu. Was? Wieso baue ich so komisch? Aber ich glaube, die Maus macht schon wieder... Die macht schon wieder Mist. Mistmaus. Toller Spitzname eigentlich, oder? Du bist richtig eine kleine Mistmaus. Es tut mir leid. Ich werde jetzt eine etwas brutale Tätigkeit durchführen. Au. Gut. Ich hoffe, es war ja eine Leere. Es tut mir die Hand weh. Aua. Aua. Wisst ihr, wonach ich mich sehne nach dem Treffen mit dem Sultan? Aber es wird wohl nichts mehr in diesem Leben. Ich muss mir das nochmal anschauen. Weil da stand... Er ist jetzt bereit, mich zu empfangen. Und ich wollte jetzt halt empfangen werden. Naja. Vielleicht war das auch einfach nur Gerede und da war nichts dahinter. Ja, und jetzt auch das noch. Da baut man ein Gotteshaus. Und dann kommt sowas. Oh, Mann. 27 K. Danke für diesen... Kauf. Ja, ich habe das Gefühl, meine Bilanz verbessert sich. Mann. N steht für Kopieren. Envy... Noppy. Noppy. Von Kopi. So, die Leute steigen auf. Die sind glücklich und zufrieden. Ihre Wasservorräte werden knapp. Meine Wasservorräte werden knapp. Erneut. Was ist das für eine Straße hier? Ich wüsste gerne mal... Ich hätte gerne so richtig Hard Facts zu diesem Spielstand. Sowas wie, es wurden... 191 Norien aufgefüllt. Es wurden so und so viele Tonnen Eisen produziert. Solche Sachen. Da guckt man dann immer rauf, lacht mal kurz und dann hatte man eine schöne Zeit. Das fänden die schön. So, Kirche, genau. Ich glaube, ich brauche einmal noch eine. Für hier. Noch eine für hier. Ja, ich weiß, ich plane immer ohne Medikus und ohne alles und ohne Feuerwehr. Aber so ist es halt. So ist es halt und so läuft es hier auf dieser Insel. In Goldfurt. Alles, was kein Gold bringt, wird auch nicht beachtet. Mache ich zu viel? Ich habe keine Ahnung. Und die nächste Bärenhöhle. Ja, cool. Drei. Zwei mal drei. Drei mal drei. Direkt in der neuen Siedlung, mittendrin. Ja. Kann ich jetzt primär auch nichts machen. Nee, ich werde dir ganz bestimmt gar nichts versenken. Oh, ich bin schlau, hat er gesagt. Mama, der Mann hat gesagt, ich bin schlau. Sollst du nicht mit fremden Leuten reden. Ja, also wenn man es so sieht, ist es echt kein schweres Spiel. Du musst einfach nur alles mit Häusern vollkloppen. And that's it. Ich helfe euch gerne aus. Ihr hilft mir aus. Schon wieder. So, und jetzt brauche ich nur noch Adelige. 2500, okay. Ich habe derzeit 2000. Ich glaube, die Leute sind nicht glücklich genug, oder? Die brauchen auch eine normale Kirche. Oh, heilige Mutter Maria Gottes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, darum kümmert sich gleich Zukunftsanne. Ich hoffe erstmal, dass euch hat die Folge gefallen. Das gerne einen Daumen nach oben. Da, wenn es so war, abonniert diesen Kanal. Dann könnt ihr immer sehen, wenn eine neue Folge Anno online geht. Aktuell ist das immer samstags um 15 Uhr. Schaut auch gerne mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Twitch.tv Da gibt es den Live-Content von mir. Und ich würde mich freuen, euch mal dazu sehen. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.